hey freunde und damit herzlich willkommen zurück zu seven days to die mit kaktus andy und mir wir sind dabei gerade oder ich bin dabei kaktus andy ein paar sachen zu bringen und danach wahrscheinlich so zumindestens abgequatscht dass ich mal im untergrund ein bisschen kram und buddeln gehe um ressourcen ranzubekommen ja genau erst mal moin von mir aus natürlich auch und ich habe mir überlegt dass ich vielleicht hier erst mal zusehe dass ich mir die zombies so ein bisschen vom bauen ein bisschen vom leib halte das tue ich mit bestimmten fallen und mauern aber tristan du musst mir doch was bringen zum upgraden halt ja ich bring dir ein pflastersteine und eine nagel pistole ab mit nicht ab ja genau pflastersteine das sehr gut holzrahmen habe ich dabei gut dann kann ich einen weg nach unten buddeln ja oder wurde mir im berg drin weil du bist ja in der nähe von dem berg ne ja könnte man so sagen verteils könnte man so sagen fällt das auseinander nein gut okay wenn ich das auseinander fällt wenn wir eben ja ankomme oh nein oh nein oh nein gleich gibt's fps einfälle weil das gebäude hier zusammenfällt ich habe das gebäude zum fall gebracht nur weil ich rauf gelatscht bin auf dem grasblog okay ach du meine güte detail bei haus ist aus dem an der fallen ich sag ja architektur ist bewundernswert man kann alles machen man muss es natürlich nicht ja man wenn man wenn man wenn man auch die okay die sieht wirklich gruselig aus die sieht aus wie so ein gespenst wie das aussieht profit gruselig ist das denn so wie konnte man noch mal in diesem dings modus gehen wo man dann f7 sieht das eklig aus f7 dings modus naja in dem modus wo man denn sowieso zu äh fangen jetzt machen kann weißt du achso ja ich weiß nicht wie man den nennt ist so wie ein kamera modus in anno 1800 achso ja und ich bin gleich bei dir wenn ich hier ein paar zombies verkloppt habe okay mit meinen glorreichen knübbeln so die sollten auch nicht mehr aufstehen die haben hier noch wollen die viele schmerztabletten ach nee komm kopfschmerzen werden sie schon gekriegen war ich glaube die haben jetzt die gesamte schmerzen mein freund oh ja soll ich dir auch helfen beim abbauen weil ich glaube ich krieg jetzt schneller hin mit dem einer zack okay geht doch ganz gut hier ist sowieso warte mal legt stelle hier im sicheren ort ich gebe dir mal die hd nagel pistole und pflasterstein bitteschön dankeschön denn wenn wir oder ich werden jetzt auf den weg machen und hier ein fleckchen suchen wahrscheinlich oben auf dem berg und wird mir nach unten buddeln mit natürlich leitern ich werde jetzt unseren graben den ich jetzt hier schon mal gemacht habe wie gesagt ich habe mich entschieden das haus baue ich gleich weiter keine angst aber ich wollte jetzt erst mal zu sehen dass ich die zombies ein bisschen austrickse weil die schaffen das ja auch über den graben rüber zu springen manche von denen nicht immer aber manchmal klappt das aber wenn ich den jetzt vorgaukel das habe ich immer im anderen let's play auch gemacht dass ich soll glaube ich was trinken und was essen moment mal wir haben eigentlich genug hoch in der truhe weil ich ja ach so stimmt das habe ich auch noch nie erzählt dass ich schnell mal in unserer alten base war deswegen sind wir auch schon bei tag 111 und da habe ich mir oder haben wir mal alle sachen hergebracht die wir brauchen waren drei fußwege dorthin und das war nicht so schön kann ja schon mal jetzt sagen ja wobei stehen blieben genau und es gab so ein trick den den hat mir auch damals ein zuschauer verraten wie man eine falle bauen kann dass die zombies aber denken das ist ein kompletter block ist es aber nicht und dann fallen sie immer runter und das würde ich gerne erst mal weil so kann man dann fallen sie runter dann gehen sie wieder hoch so kloppen die sich halt nicht durch irgendwelche sachen um zu dir zu kommen sondern versuchen es immer so und das finde ich eigentlich echt geil diese diese bauart dafür muss ich mir natürlich erst mal hier ist ich kriege schon ich kann keine holzrahmen abgrain hallo wieso kann ich keine holzrahmen abgrain wo willst du redet mit dem schraubenschlüssel nicht schraubenschlüssel nicht weiss ich nicht schraubenschlüssel nicht dass ich wüsste was wir denn hier tanks im auge ach du meine güte sieht es aus ja also die erde textur sieht ja auch mega aus ne so richtig verschwommen bei mir so ich wollte was wollte ich denn jetzt probieren du hattest mir irgendwas genau du hast mir irgendwas gebracht und es war eine nagelpistole da und mit der sagtest du kann ich upgrade ja genau das probiere ich jetzt mal aus kannst du denn noch mal versuchen die sachen abzugrain mit einem schraubenschlüssel irgendwie funktioniert ja der schraubenschlüssel anscheinend gar nicht mehr ja ich habe jetzt gerade keinen ach du hattest noch nicht mal einen nö ich glaube ich hatte irgendwo in der kiste habe ich mal welche gesehen naja ich habe einen dabei und die haben mich gewundert warum ich da nichts rufsetzen kann das ding ist was wir recht schnell brauchen ist steine um zement herzustellen wenn das hier überhaupt so geht bei dieser mod bin ich ja auch noch nicht so steine gibt es hier sehr viel ja steine gibt es aber ich sage jetzt mal ohne mod wird ja im endeffekt stein genommen dann packst du es in eine schmiede und daraus kriegst du zement achso und wenn du dann noch einen betonmischer hast machst du dann aus diesem zement und warte mal zement was waren das noch ich glaube irgendeinen speziellen sand der mir jetzt nicht einfällt wie er heißt und ich glaube dann nochmal steine daraus machst du dann halt eine betonmischung waa bist du in deinem loch gefallen ne da kam einer da kam so ein burning man hier um die ecke burning man hallo ja ah ne war das nicht anders egal die steine die steine sind aber auch nicht also irgendwie die texture sind ein bisschen verwaschen ja aber irgendwie nur bei sand bei mir also ich bin ja jetzt bei mir erde also komplett erde was so erdemäßig ist und stein geht gerade nur so ja noch ein burning man was wollt ihr denn alle von mir hier die wollen dich besuchen kommen ich merke das wie sprichst du mit mir ja der muni dir nicht beigebracht wie man richtig spricht mit jemanden respektvoll und so ich glaube das sind die schon ja nicht mehr die sind da schon meinst die sind da ein bisschen abgestumpft da schon ja ja die haben schon kein respekt mehr vor anderen menschen das ist natürlich doof ne boah also ich glaube ich muss steine kloppen so wie ich das sehe ich mache zwei schläge auf den steinblock und der kann vier springen vier vier mal hoch springen also das ist schon vier blöcke hoch das ist schon krass mhm wie weit soll ich nach unten gehen für die ärzte also ich weiß ich weiß nicht ob es in dieser mod genauso ist dass wenn du auf die matt guckst und du bei plus 13 meter bist da soll man wohl sehr gut ähm erz finden plus 13 ja das ding ist eisen findest du halt im wald biome und andere sachen findest du in anderen biome na gut das fließe ich auch wir haben ja ein eis schnee biome noch in der nähe ich glaube da findest du nitrat genau also häufiger nitrat du kannst glaube ich hier auch blei finden und ähm im wald biome und hier das andere fällt mir grad nicht ein richtig und im und im verbrannten biome gibt es ja so wie es kohle wenn mir nicht alle täuscht wie gesagt ich seh gerade echt ich brauch echt schnell zement weil ich glaub die zerkloppen uns die mauern so schnell oh ja ähm dann kannst du doch mal versuchen weil wir haben jetzt genug wir könnten jetzt einen mischer bauen guck doch mal was wir alle für mischer brauchen mach ich gleich mal ich will nur erstmal äh meinen schutz hier fertig kriegen also wir nämlich in der zeit runter gehen auf die höhe wie du gesagt hast und ich bin erst bei 61 ok wobei du natürlich wenn du in einem berg bist gar nicht so weit runter musst also wir haben uns auch mal in den berg reingegraben das war natürlich nicht bei plus 13 meter sondern auch viel höher da kannst du natürlich auch so mal was finden ja aber ist jetzt nicht so schlimm ich bin jetzt ich bin auf den hügel neben dir weißt du na ich höre dich immer also ich höre wie du gräbst und so auch nicht schlecht oder mhm obwohl ich schon mindestens 20 30 blöcke tief bin oder so ok das ist alles sand das ist gut so dann ein paar tröpfchen da ist schon wieder einer mit atem leiden irgendwo da müsste man sein asthmaspray nehmen ja wahrscheinlich ich glaub das wurde ihm geklaut damals komm zu mir ich hab salbutamol sonst dabei ach natürlich naja er hat ja selber ein Lungenlein ich kenn das also ich kann ihn verstehen du würdest ihn ja nur befreien von seinem leiden wo ist er denn ah wie bist du denn da hochgekommen das frage ich mich jetzt gerade kommst du ja aus meiner base aus meiner baldigen da muss ich das ja nochmal überdenken wie ich da baue wenn du das da hoch schaffst meinst du jetzt den abhang hoch anscheinend ja weil der kam jetzt gerade ein graben aus der richtung wo ich meine base bauen will also ich weiß nicht wie der jetzt hochgekommen ist wenn er aber durch diesen komischen durch dieser schönen straße hochkommt dann ist das aber doch schon ein bisschen doof die kommen dann glaube ich auch also ich will das auch noch alles begradigen weil ich bin da ja auch hochgelaufen zu fuß ja wir auch und deswegen werde ich das noch begradigen so ist es nicht und so wie es aussieht muss ich das auch recht schnell tun ach du die reißen schon nichts ein wenn sie was einreißen wollen dann bin ich gleich mit dem knippel parat das ist gut ich habe ja nicht umsonst einen 5er knippel stimmt hast du schon 5 ja doch einen 5er knippel müsstest du haben ne mhm gut war mir dann nicht mehr so sicher ich bin bei höhe 41 da kann ich ja nur buddeln ja da kannst du noch ein bisschen buddeln das stimmt ich hätte mir nicht die höchste stelle vielleicht nehmen sollen im nachhinein eine etwas schlechte idee kommt vor ach wird schon so dann habe ich auch bald keine holzstufen mehr oder holztrömmen aber ich glaube ich habe noch hier noch holz wenn nicht ich brauche nur einen baum abschlagen glaube ich aber level kriegt man gut ne durch graben ja ja das kriegt man ganz gut und ich war ja früher schon gerne ein buddeler in 7 days to die ich frage nicht ich habe meine base immer fast unten gebaut also unterhalb ja ich muss das buddeln nicht unbedingt haben ich muss ganz ehrlich sagen hier in der mod haben wir jetzt ganz gut geskillt und das geht alles recht fix aber ich finde wenn man 7 days bei Tag 1 anfängt und du fängst an zu buddeln mit einer Stufe 1 schaufel und du selber noch Stufe 1 bist da brauchst du ja irgendwie 10 minuten um ein so ein Ding auszubauen genau und ich brauche jetzt zwei Schläge für ein Stein das geht fixer wenn man schon ein bisschen hier levelt ist und ich bin ja jetzt schon level 150 was auch extrem krass ist vor allem sind wir eigentlich theoretisch nur bei Tag 11 ne ja du wolltest ja unbedingt bei 100 anfangen ja das ist bis jetzt auch keine schlechte Entscheidung gewesen finde ich zu Anfang haben wir ganz schön auf die Fresse gekriegt ja Anfang aber jetzt geht es ja so langsam ne also wir kriegen so langsam die Kurve rein ja so ein bisschen aber die werden uns unsere base auch echt schnell kaputt machen wenn wir die nicht mindestens auf Zement kriegen ja gut das ist natürlich klar wir müssen eben halt bei der Horde nach ein bisschen ne schon ein bisschen mehr vorbereiten als das was wir vorher gemacht haben vorher hat es ja fast also hat es ja gehalten aber naja zwei Blöcke zwei Blöcke länger und das wäre alles vorbei gewesen obwohl der Weg wieder draußen rumgerannt wie so ein toller Specht und mir wäre nichts passiert Erinnerung nur an der ersten Horde nach wo nichts passiert ist bei mir und ich habe erstmal einen Spaziergang unten immer kann man machen ne kann man machen muss man nicht ganz klar war aber spannend mehr oder weniger wie ich wieder hoch komme zu dir aber wir müssten glaube ich auch mal eine Horde nach machen so einfach draußen mit ein paar Munitionswaffen und alle drum und dran und dann alles was entgegenkommt wegsnipern wird nicht einfach ihr klubbt mit einem Sechser oder Siemertrupp an Leuten wäre bestimmt geil wenn jeder so in einer Richtung drauf achtet ob da welche Zombies kommen muss ja jeder seine Stellung halten ich muss welche machen was? ähm nö ich bin nur ich muss grad was fertigen ja genau wieder im Selbstgespräch wenn sonst keiner mit mir spricht ne was? ich spreche doch mit dir so wie war denn das ähm Stein Platten Rampe und davon mache ich jetzt mal eben auch noch acht Stück genau und danach brauche ich ähm ein das nannte sich glaube ich Tipp da Flagstone Tipp brauche ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ach komm setze ich mich an der Wand da wollte ich es gar nicht hinhaben davon brauche ich zwölf hä? so aha und dann 16 wie viel war nochmal die Meterzeit? 14 oder 11 oder 13 äh plus 13 glaube ich wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab wir müssen übrigens auch die Folge beenden ja warte noch nicht erst wenn ich die Luke äh den Tunnel hier fertig hab ja wir sind schon ein bisschen drüber deswegen ja guck die zwei Minuten da das stört jetzt eine Minute länger nicht du meckerst nachher wieder ja ich mecker gerne ne nein dass du so lange beim Rendern brauchst ja ist ja auch nochmal warte warte mal auf jeden Fall Leute wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne einen Like da oder einen Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei 7 days to die also bis dann und tschau bis denne bis dann bis dann